ja mein name ist dann die welt ich begrüße euch zurück zu fallout 4 wie kann er es wagen meine introduction hier zu unterbrechen der letzten folge ich bewege mich noch einen schritt weg man sieht direkt ihr gegner jetzt in folge haben wir das schaufelmuseum besucht und hier die wo kommt ihr denn ja und die ganzen paar orte die es noch hier gibt erkundet und zwar kein wir sind auch hier ein bisschen rumgeeiert mit den ganzen holen und der strahlung und so gesagt ziemlich gerne hier ins pfannehaus reingehen klingt voll fun ja gott ein da übrigens falls euch der part gefällt dann hinter das doch mal ein like ein abo ein kommentar ein dislike wenn ihr wollt eine briefbombe keine ahnung irgendwas in form von feedback damit ihr den kanal weiterhelfen könnt das wäre sehr schön und nett und ich würde mich auch sehr bedanken gut was haben wir ja im pfannehaus ja sagt ich gerade okay make house motion stick messer super so wie geschaffen für mich also ein spiegel auf die satte ja genau also nur als entschuldigung genommen damit man nicht damit sie keine reflektionen zeigen müssen oder programmieren müssen aber so rüber so ein spiegel aus wollte ich mich gerne mal irgendwie hingehen vorsicht zettel schon was er jetzt schon wieder auf engsten raum ich habe haben war die spiegel kaputt machen wir sind das titanium die gehen nicht so schnell kaputt aber die haben den affen erwischt ausgezeichnet ich bin die person die den affen auf noch zeit erschlagen hat ich habe dich durch die ich frau dich durch den spiel kaputt ja er habe ich auch da finde ich da wohl der hat wirklich die im leben dadurch blickt da kann ich schon mal sagen ja ich es nicht noch ein gehstock bevor gibt es gleich mal ein paar neue shops finden um was auszugeben so aus wie ein skelett irgendwie reds kakalakenskelett rein warte mal ja da kommt dahin ich schreibe einsteigen exe sollte mich da jetzt irgendwie aufhalten so ein kohle oder so was du denn da ja wie kann ich in der luft noch stecken bleiben das ist ja nicht ein bisschen gefährlich war nicht wahr allerdings muss man ja ankommen war schön von nach oben mir alle abknallen aber nicht raus allerdings voll drauf abgetimt jetzt aber dieser teil so langsam arbeiten wir noch mit was möchte ich euch denn ihr seid jetzt alle runden super jetzt gehen sie alle aus der reichweite verdammte fester programmierung wenn ein gegner mich nicht erreichen kann dann schicken die ihn aus der reichweite damit man nicht treffen kann wir kommen jetzt alle hier durch ja ich verarschen wie gesagt mit fester programmierung gott dann kommt her der weiß es hat stehen geben war eine übergezogen ja ich will nur spüren was soll mich anfällig sind schrot finden fresse er das gott so ausgezeichnet oder eines abgau ist mir egal da ist irgendwo der rückstoß von dem teil da ist auch die waffen mit den riesigen rückstoß aber trotzdem überhaupt stark aufgebessert und sorgt für die ist nicht aufgebessert standard verschluss vollständige räume doch welche irgendwie eine schwächere oder war ja voll böde ja weil die schönen farben warte mal kurz rein das ist das ist das das voll ja mein fuck im ersten blick sieht er nicht so aus als kannst du rein hat sich nicht das schöne da kannst du bestimmt durch mein gott also mal die schnauze halten hey ich war unerlich ist nicht das ist definitiv gefährlich für kinder dass er das in den schädel in den schädel in den schädel in den schädel stimmt da unten irgendwie noch was aber schon noch mehr wohl ja was jetzt was jetzt in die fresse mit meiner männer flinte bepasst mir hinüber ok noch aktiver fett mein gott warum wenn ich ich bin belastet also fährt man ok ich so viel warum schlippen doch hier machte tür zu dazu dass dieses eine punkte bild wir hatten schon wieder geschafft da sind eine menge gegner ist aber ihr könnt euch jetzt noch mal bewegen ich war nicht wer die tür zu gemacht also sind frieden das ist ein frieden drehen ja komme ich nicht auf diesen langen klar oder ich krieg dich ich krieg dich wer macht die tür an und zu was sollt ich gehe jetzt rein oder auch nicht ich gehe jetzt ein trifft mich nicht seid alle alle schwindel ich habe ich muss jetzt der tür für neue arbeit von jemandem typ an die fresse hauen eben auch vernerbt und er sagt ganz gleiche oh mein gott da war es jetzt die richtige tür wasser schon die richtige tür ich gehe mal nicht ich gehe mal nicht oh nein so warum steht hier im messer mit der anspieler und psycho sein oder was schreckte skelett spiegel hey was soll weil er lassen mini mini erst elf verkassen blutige cola oder hat wenn wir irgendwelchen unsichtbaren poker spielen oder was soll das mir kam ich das nix hallo ah die bilder hier wo ist ausgang hier gut ok hey hey was haben wir noch hier du bist wahrscheinlich nicht hier haben wir so ein radar wir stand vorher jemand und typ mit mütze und grünen gesicht so ein bisschen aus wie nick ausgezeichnet luca lexia es ist einfach schon wieder so viel zeit hier verschwindet es verschwindet aber hat natürlich diesen leid nein boah da kein okay so ja ja und ich geöffnet werden ich gehe schon wieder von uns abgeschlossen schließt er gar nichts mehr ab daraus ja dann soll man durch irgendeinen tunnel oder so gehen und noch irgendwo und im theater war glaube ich in der einzigen ort die nicht mehr gemerkt aber das hätte ich gar nicht mehr daran gedacht aber okay aber es war auch sehr fanden muss ich sagen die anderen autos token also kannst du mal die schnauze ich es nicht noch sagen wie geht dann wehder weh aus noch schon irgendwo wenn du da nicht geahnt hast weiß ich nicht was du hier überhaupt willst doch brot ist damit gefahren ich gehe jetzt eiskalt was hat denn hier noch noch mehr strahlung aus warte mal hier hat ja kein schaden habe ich bekommen ist klar ja auch du da macht er jetzt da sind die aktiven nachher gekommen wisst euch vor meinen rasen mal die treffen mich jetzt mal da kommt er ja ich war ja auf einmal bekommen ja ich bin die ganze zeit so klamotten hier mit deswegen was war doch wo bist du kann man teurer verkaufen ich habe einen tochter schon neben mir auf aber ich bin zu passen krieg ne alter wo kommst du will er ich bin voll hilf mir so einen starken rücken ich denke heute aber hier aus ich überlebe ja nicht mal lange und dazu weitergeht das interessiert muss man aber hier drin sein das kriege probleme naja die strahlung die macht mich gerade fällig ich werde dich aber das ist nicht das was ich gehofft hatte was er schon wieder von wenn er dazu weitergeht den ganzen gegnern komme ich jetzt dahin wird er ist so ein verdammter ihr garten sein mal hat es doch noch mal auf dort kommen ja der paketen werfer der lebt da sowas von noch ich habe mir noch getroffen also natürlich wieder da kann ich noch mal hier übrig ist es war dass mich irgendwo da rein verhälter wir sind mit da king kassel ich bin hier so ein ort wenn er gesagt hat wo ich hingehen soll aber okay also wieder leicht strahlung vollmann alles da hat ich habe keine rote haus mehr trag was ich hätte doch ein paar mitnehmen sollen ein paar sachen so hat guckt euch dann an müssen wir irgendwie dafür sorgen dass ich hier strahlung weg bekomme irgendwie eine kohle strahlung entfernt ich dachte mal denke mal den ganzen magazin wo muss ich hin da lang so alle sind nicht mehr am leben ich hätte nie gedacht dass du es so weit schaffst du bist anders als gewöhnlicher angreifer daher lasse ich die tricks und illusionen weg mit denen ich die abergläubischen verjage als die wompen fielen hat sich alles verändert hier auch und irgendwie habe ich ein geschenk erhalten magie der stopp aus dem legenden sind möchtest du mal sehen hoch was du auch tust ich kann meine freunde heilen und wir werden geschützt was uns gehört und wir werden geschützt was uns gehört ja ich muss aber zwei orte besuchen naja auswald hat ein schlag nur was wir leiden so leiden gebe ich nicht auf die show wird weiter gehen das war gut dass ich irgendwie die angriffen habe oder ich so hat gefühlt ich glaube der hat sie wiederbelebt ich kann ja wahrscheinlich in den werkbank und so ein herstellen oder nehme ich jetzt an noch ein rezept oder magazin bitte nein okay wir haben echt spaß mit den teddybären ja wo kannst du wirklich braucht right away also 20 minuten bisschen geht noch nur ein bisschen die hat er ging aber sehr schnell vorbei er habe ich kann ich irgendwann auch benutzen da kann ich auch verkaufen da fühlt mich denn der aufzug hin dieser aufzug ist außer betrieben ja oh gott dann raus hier nicht abgeschlossene so da ist der theater ok kinko das kessel war schon in den anderen ort und dann weiß ich kann ein paar bänden ich habe ich daraus sagte ja hast du dich verlaufen wenn ich nicht bei uns am verhunger sind wir arbeiten na 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 war schon weißt du willst du sagen leck mich am nächstes nicht weit hi welcome to your for my so intelligent from ish ok von kinko das kassel warum nicht ich würde nichts mit dem neuen ort hier ich muss sagen wir alles öffnen kann zu bekommen ja also ja 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 guck im bahn ist cola ich habe die rolle wenn es ist cherry rolle echte magie bist du ein zauberer okay ich wollte hier ein paar wänden ja egal wenn ihr magazin kommt die tun mit allen backen 100 prozent mehr schaden machen und da war kein redner werde ich mir herstellen und was fällt und hat eine heilung leuchten der pilsen direkt ok dann schauen wir mal jetzt aber irgendwo kann schauen dann würde ich sagen wenn eine partie wir sehen uns dann in der nächste freige let's play fallout 4 hoffentlich und ich sage dankeschön fürs zuschauen tschüss